Guten Abend liebe Zuschauer. Dieser Chip Morrison ist ein so netter Bengel, dass die Thunderbirds leicht vergessen könnten, was er für ein Sicherheitsrisiko darstellt. Nach diesem Auftakt wird im WWF-Programm in der Stahlkammer Zürich ein Schließfach zu öffnen sein und darin findet sich Post aus Messina. Nach hier und heute begleiten wir Ellen Wegener vom Großstadtrevier in ihre Freizeit. Aber selbst bei ihrem Segelkurs findet sie noch Kriminelles. Doch zunächst zu den Thunderbirds.